Ja, nach zwei Jahren ist es eine neue Erfahrung, da nehme ich als U23-Trainer, da war es schön, mit Otto diese Tage zu arbeiten, da war ein bisschen stressig, ganz normal, aber das gehört in diesem Job dazu. Die Mannschaft ist ganz gut benommen und da haben wir leider das Spiel gegen Werder verloren, aber heute, ich denke, so ein Abschied als Trainer, ich glaube, von dieser kurzen Zeit, ist optimal gelaufen. Ja, das ist nicht früher schon abgesprochen, also ich muss das erste Mal meine Fußballlehrer fertig machen und dann schauen wir einfach weiter. Da bringen sie nicht beide Sachen zusammen zu machen, also ich bin ein Mitarbeiter vom Verein und wenn der Verein meine Hilfe braucht, dann bin ich gerne da und so war dieses Mal auch der Fall und eine andere Sache ist mir überhaupt nicht im Kopf im Moment.